So, dann geh ich mal wieder Richtung Heimat. Aber ein bisschen was hat ja, ich kann das einfach schön alles abgrasen. So, diese komischen Thaumcraftinger da, die müsste ich eigentlich mal einsammeln, was auch immer die bringen. So, laufst du eigentlich eigentlich diese komischen Essenzen? Hab ich, hast du vorhin gefragt und ich hab gesagt, von Thaumcraft hab ich keine Ahnung. Das hat sich in den drei Minuten auch nicht geändert. Stammt! Hätte das sein können, ne? Ne, das ist so krass, also... Ich weiß auch nicht, wie viel der Mord ist, Kronk hat den reingemacht, keine Ahnung, warum, weil er aber wahrscheinlich ein bisschen weiß, worum es da geht. Also, was man, was einem das für Möglichkeiten bietet, aber so genau weiß ich das gar nicht. So, weil ich jetzt so was, muss ich mich nicht. Alles mit, was ich nicht finde. Ja, ich, also ich werde, ich muss wie so Akazien fählen, vielleicht nehme ich denn Akazien. Wie sie brauchst du Akazien? Weil ich, weil ich die abbauen muss, weil da mein Zeug hinkommt. Ich stehe in der Ehrung. Also, deswegen werde ich das vielleicht gleich nutzen, dann fällt mal jung und das Dach damit oder so. Mal sehen. Ja, alles mit ihm, diese ganzen Gartendinger immer einsam und Jungen haben. Ich werde uns das Leben retten. So, da ist es ruhig, ne? Ja. Kannst du mir mal diese Dänse leihen? Ja, kann die machen. Aber ich, ne, warte, ich, äh, obwohl die, wenn ich die jetzt abfälle, überlege ich gerade. Ob die ich selber brauche, aber ich glaube, kann ich die erstmal geben. Hab ich denn die überhaupt? Warte mal, na. Eisenhacke? Hab die sogar in meiner Kiste. Warte, ich geb dir die mal. So, Kiste, Kiste, Kiste. Kisten bis. Ist die schon wieder kaputt? Ach, oh nein, brauch ich doch nicht, brauch ich doch nicht, brauch ich doch nicht. Hä, bin ich doof? Mach ich für den Rucksack? Kann man neues Essen gebrauchen. Ja, warte, bin sofort dabei. So, zack. So viel dazu beschieden nicht, ne? Ja, das ist auch nicht. Ich hab doch auch gesagt, das ist jetzt nur mal für den Anfang und werden auch nur Brot nehmen, weil das ja auch nicht so ehrlich nachhaft ist. Ah, hier sind Waren, Konrad, wir müssen auspassen. Hier ist eine, ähm, hier, wir essen sie viel. Ach, Grille, ne? Scheiße. Ach, fuck, dann hab ich natürlich nicht gedacht. Ähm, fuck, ich glaub, ich soll nicht. Ja, da sind schon zwei Kartoffeln zerstörtlich. Ah, Mist, ey, Mist, Mist. Ich hab gerade den epischsten Kappen in der Grille, die ich hier habe. Ich will, dann muss ich das mal irgendwie.. Ich bringe gerade was. Ich müsste einmal gucken, weil ich mir mal ganz kurz, ich hab ja ein ganz tolles Handy. Eigentlich total die epische Musik spielen. Ja, ich, Playlist will grad nicht, weil ich mal ganz kurz Mob Spawn. Aber, guck. Kontrollz2 Ob wir einfach einen Zaun drum. Ja, die kommen die Spawner drauf, das bringt mir gar nichts. Ich kann ja mal jeden Tasse drücken, gucken was passiert? Hä, irgendwie sind die alle zu null Prozent gewachsen. Na doch, der eines zu neunst. sein neben der akku jetzt mal jede taste hier irgendwas öffnet bisher nicht weil ich komme ganz und gibt es irgendwie was muss man denn drücken wenn sie das aktiviert wird dann weil ich komme mal ganz kurz ein video an ich beobachte mal rufen ja so und episches minecraft intro schön leider für einen dubstep so wie macht er das hier ist was ganz anderes wieso fliegt er mit dem flugzeug der fliegt mit dem flugzeug hab ich dumm mobs born controls 2 ich weiß nicht was falsch gesagt geklickt helft wird das brauche ich sechs minuten ich will nur gucken dass man drücken muss auch englisch scheiße kannst du englisch ja ja nee das war jetzt ohne ironisch da daher was wenn ich mir ganz kurz was sagt er denn was muss ich drücken was denn ganzer inventar wirklich mein ganzer inventar ist voll fx ich möchte kein stream starten da muss ich mal kurz umlegen pilz gelaufen fx fx überdramatisiert auch ein bisschen jünger system sieht eigentlich gerade aus versteht es nicht ach es ist eigentlich mehr fkf achten alter alter dass das dann kommt über drama alter musik weil ich magst jetzt kommt jetzt kommt sie auch vielleicht kurz ab so als er muss fx drücken leider liegt er auch drauf dass man stream deswegen muss ich mir ganz kurz scrollen da ist 6 Prozent das geben ich werde niemals stream also und was legt es hin in der feinste die kann man was hingehen dann war so jetzt es ist wunderschöne sonne aha konfix also mod select wir nehmen jetzt ach wozu gehört denn der scheiße wo gehört das denn hin stimmt bei uns so pläntiger spawn controls bei master settings kreatur ach du scheiße weißt du wir brauchen meine grille jetzt weil ich muss wissen zu welchen moti gehört ja warte ich suche ja ich suche auch hier ist eigentlich hier eine und ich habe einen kassel voll mit garten weg ich habe es gekillt scheiße ich wollte die blumen weg machen ich bin so doof warte das noch eine hau dir mal ab cricket minecraft jetzt mich verarschen hey wieso es kann nicht sagen man kann sie nicht einschleichen weil die mal weg abhauen cricket da steht immer minecraft ok dann gucken wir mal äh konfix vanilla spawn controls master settings ich weiß das ding noch mal oh man ich habe auch ein stets gesessen cricket 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 ja ok cricket 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 so konfix vanilla aber es ist ja nicht vanilla ich wundere mich master settings cricket monster nee kreaturen chicken ambient water cricket da ist es äh enabled aus aus in abel heißt auch das aus oder nein das ist alles aber wieso hätte weiter warten weil da war kein hädchen deswegen habe ich auch gewundert vanilla mob times warte mal ja ich deswegen ich habe mich auch gerade gewundert ambient cricket cricket ach geil ich kann nicht alter wie krass ist spawn controls als was heißt evaluiert master settings warte mal weil ich wundere mich dass jetzt alles rot ist und rot heißt eigentlich aus cricket enabled wird aus zurzeit stadt was heißt das ist das ist settings ach geil da kann man auch krass und die berg aus konfix schiss schiss bei biome sind bei f3 ähm savannah ok also konfix vanilla bei biome savannah oh gott das kann man auch kein mitlesen hier es ist alles wie savannah alter die namen sind so lang die sind kann gar nicht mehr sehen hier vanilla river mal vanilla savannah da und es tut mir sehr leid aber da ist noch eine richtig lange reise von mir hat muss ich ein paar ich hätte mich mit ein backpack machen können Cricket aus safe so ich habe jetzt sind immer noch an aus ach so ich glaube ich also ich habe sie jetzt ausgemacht vielleicht spawnen jetzt erstmal keine sind vielleicht noch ein paar da aber es spawnen keine mehr weißt du genau so also ich habe sie jetzt ausgemacht bin ich immer noch äh savannah 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 so ich bin immer noch an also es hat so es hat geklappt jetzt ich komme das nochmal ganz kurz an bye bye im entweder was machen kriegt back bye bye vanilla 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 ach gott wo ist es denn da steht savannah ok es ist schon richtig savannah edit ich kann sogar creeper und sowas ausmachen cool ja also also cricket ist aus ich habe keine bis jetzt gesehen weil also die als ich ange also als ich das erste mal gleich aktiviert hatte dann war da noch eine aber ich hab sie dann vielleicht weil sie noch ein paar da aber sie spawnen nicht neu weißt du ja aber ich höre noch eine na gut hallo papa die kartoffeln können nicht schön wachsen ich muss jetzt bäume fällen und essen brauche ich auch das geht zu schnell wie zum kack essen aber bald haben wir ja ein bisschen zeug hier ähm rufen kannst du mal kannst du mal deinen rucksack also du kannst meine kiste wie deine ganzen essens zeug rein machen halt ich bin grad ich bin grad am sporn vorbei weil wenn ich erstmal der essenmann bin also mit anpflanzen und so wirst du dich freuen ich hab ein ganzes backpack voll mit warte nimm es einfach mal nein nicht immobilien ach so sehr gut warte ich nehm die jetzt mal noch nicht um alter was der kohl da in dem kohl ist einfach helmut kohl drin ehemaliger bundes kanzler ja ja bundeskanzler der ist in dem kohl drin als gesicht echt ja ja also ich hab mir das texture pack ok das witzig ich könnte mich größer machen ne ne ok das wir haben richtig viel zu essen ich muss ja den ganzen quatsch nur anpflanzen ähm ich überleg was ich jetzt zuerst mache wir die kartoffeln ok das geht schon mal ich würde sagen dass jetzt erstmal bäume fälle so lange überleben wir noch mit unseren nicht geschiedeten brot äh und dann kann ich ja mal ein paar felder machen ja so mach ich das ja wo so rum ich bin übrigens hier ansiedeln die ganzen bäume müssen jetzt leider weichen na hier in diesem bereich so alle links vom berg wo ist hier hier bisschen viele berge rufen du musst auch gucken wo ich hin gucke eigentlich bis wort und es ist ja da das gefühl die auch noch ist wahrscheinlich schon vorbei wenn ich so links vom berg ich weiß gar nicht wie lange die offene mädchen geht sehr gut so naja vor allem ist gut ist ja und das ach das muss ich auch noch sagen da wir jetzt ja einen festen startort haben könnt ihr jetzt immer spielen wann ihr wollt also müssen wir zusammen spielen ne das ist klar das war jetzt nur von anfang damit wir nicht das haben was jetzt leider nicht unverwalt meintbar war wenn jona dass wir uns da andauernd koordinaten schicken müssen weil das ja da ein bisschen jetzt gewesen wenn da hier meine da wäre und dann sind wir in die richtung gelaufen und so noch eine kleine tortur glaube ich so eine halbe welt naja ich habe die koordinaten eingeblendet das geht schon soweit ist das gar nicht mehr wenn man nicht wenn man da nicht in die minus koordinaten läuft dann geht das schon nein herbert macht die gleiche tortur durch wie ich ja ja das schon ganz schön weit klar du hast es echt gemein ich bin gerade 2.000 blöcke gelaufen ja weil er auch gestorben ist weil es deine schuld war und weil du mir das mit bloß verwechselst ja aber ich wusste nicht dass ich verhunger ja ok aber argument du hast mir das mit bloß verwechselt das war ich noch ja ich bin aber wenn sowas euch passiert wäre was nicht passiert wäre ja 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 die werde ich niemals herausfinden ja aber was kann man denn damit machen rufen du wenn du wissen was du machen kannst du dann gibst du unten ein rhabarber 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 ist was zu essen wollte ich nur mal anmelden anmelden anmerken ne rhabarber 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 ich bin schnell rhabarber rhabarber ich komme rein ich bin schon scheisse falsche so breiter wieder jetzt weiter wieder jetzt so ich wollte eigentlich ich komme ja nicht zu potten ich wollte eigentlich nichts machen das auch jetzt ich ja mal das eisen noch mal hier durch den ofen habe dieses krasse so acht stück gleich das lohnt ich habe nicht ich dachte weil diesen richtig geil die haben auch wirklich schönes laufen was haben sie glaubt glaubt dass er so so rosa rosa den löser nicht so er kann ich nicht geil mit den flüssen der mann hat ist übrigens neuen bio als es mal mitbekommen dass es so lila die lang wirklich ist es mit level und so und bitte das üblich schön seit lina und so also nicht männlich für mich weiter alle der baum so neu was das denn hier ich habe hier quadrat auf dem boden alter im licht alter warum also ich sehe jetzt gerade die die das technisch gemacht ist irgendwie mit den einzelnen chance und so her warum ist hier röse messen sich wissen komisch ist wieder weg wissen dass sie beschmutz der erde ist tom kraft ja ok scheint es wird die abgestürmung aber warum warum flugs flugs vergiftung ich stehe ich stehe wir sollten hier weg das ist vergiftet ja ich will gucken ob denn da muss es das hier also nur bestimmte blöde sind vergiftet nicht alle alter okay dann ist ein etwas größerer berg die ersten wirst du mich nicht darauf kommend ich freue mich also wenn es heute abstürzt ne ich würde zu bescheid sagen wegen diesem video um euch ja es ist sicher diese komischen quadrat auf dem boden ist ich habe schon eine geile aussieht von da oben oder das hier wahrscheinlich wird soll ich habe eine fackel gefunden ja manche menschen vor mir da ja sie ist ich erinnere mich gerade an hexen ja weit komme alter das ist aber etwas größer ich halte wie geil wie das richtig raus steckt wo bist du wort und jetzt kann oder kräutergarten was denn hier ist so ein schuppenbaumfarm die ist so ein berg der so rübelst raus sticht aus dem boden sieht voll cool aus ist das das ist den brauchen wir diesen diesen fahren hier weil man nächstes davon ich dachte das ist der film hallo so gut diesmal krass hoch den teufels mal bitte nachgucken was für ein lied das ist nachrufen ich kann nicht interessieren das ist sowieso aus über mario oder im galaxy jose ich kenne ich das nicht ja soll ich es tut mir leid es wird ganz kurz klein ich meine mal ein bisschen größer hier ist wird schon ein bisschen rum hier ähm warte 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 playlist das ist pikmin heißt das pikmin pikmin ja wie pikmin nur mit k und mini ja ich kenne pikmin ist auch was zu nintendo ich will jetzt aber runter springen den entscheidenden weil ich bringe runter ja ich würde hier gerne auf den bäumen herumlaufen ich will aber den schrei hören war nicht geklappt wunderbar das muss doch noch richtig gruselig aussehen komm komm gib mir mal eine fackel wir gehen jetzt unten lang grusel 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 hier unten hier unten guckst du guckst du guckst du mit der fackel ja gott ich träglich am brot man kann übrigens mit l dieses dynamic lights ausmachen ok das spart das spart eine performance jetzt schon so warte mal ich glaube ohne fackel ist noch gruselig so gruselig ist gar nicht hier geht es gleich wieder auf die musik ist auch übelst ungruselig aber es ist schon cool aus hier unten ich habe eine hexe gesehen kann ich habe ernsthaft nein habe ich schon ich habe gerade gefreut hat genau das gegenteil bewirkt das war's die die das bedeutet nichts gutes soll nicht schon machen naja die streiten in den tod alter des biomes krassen das eine fliegende insel ja wie wo da oben wo die fliegt ach so folge dem licht siehst du mich nein ich bin bei den fluss rüber ja ich sehe ein helles nicht ich habe mein grab erreicht das wirst glaube ich nicht mehr so sagen das ist ja eine tolle aussage ja genau ich habe mein grab erreicht ich habe mein grab erreicht ich stecke den treibsand fest na jackpot die war schriftlich noch mal und dachten lauf nochmal machen oh ich habe gefreut ich habe es gar nicht gesagt ne stengelgarten schönes wort ich bin wieder draußen stengelgarten ich habe auch gleich eine tomate bekommt langsam wir echt viel soja bohnen halleluja wir haben soja also ein bisschen und bohnen habe ich noch ich habe auch gewürze dabei ist auch schön so wird es auch sehr sehr detailgetreu beschrieben so muss ich überhaupt hin genau das war's richtig an dieser pfeil ne von diesem man kann nicht so gut erkennen welche richtung man läuft irgendwie ist da lang also leute wo seid ihr koordinaten komischen gifbio koordinaten ohne minus wohlgemerkt 1004 einschuldigung normal reset 1.745 1.745 1.745 ja ja und z ach so ich bin ja gerade ich war ich bin ja gar nicht da bin ja gar nicht am spawn warte mal ich bin ja gerade hier in der walachei warte mal ich muss erstmal zurückgehen ok ich lauf gerade Tür wieder in die falsche richtung nach links muss ich was ist das für ein geräusch gerade ok jetzt weg oh ich hab grad ne achse in der hand warte ich bin auf dem weg ich muss jetzt hier erstmal aua surfer rät nicht ne oh oh ne ok bereiten muss schon mal drauf vor ok ich glaube es ist doch mehr rahmen zu weisen obwohl wenn wir einmal hier sind müssen wir ja nicht mehr viel laufen aber reisen wollen wir euch trotzdem noch so ich lauf wieder richtung heimat ja nein ich lauf auch wieder richtung heimat aber jetzt halt nicht ok die ganze Zeit schaden wenn du bei mir nichts aber hoffen ich hab keine ahnung oh ich hab läufig ist das denn ich hab so ne art tempel gefunden aber nur ganz klein ist ja süß also mit schiesel alles machen kann griechische marmorsäule was noch gegen aufhören so weit ich mach ich nochmal hier add marker ich hab mir langsam keinen Bock mehr auf minecraft weil wir können auch langsam aufhören ja ähm was könnte man wie könnte man das markieren das ist so ein monument eigentlich ne so nenn ich das einfach tempel seht wir mal griechische mini tempel in der sie ist die Mono Tempel 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 Schimpf Fertig und ich kann keine 3 Meter nicht mehr es war es kurze aber mir ist alles ok rum es war auch nur zuvor dass wir die nicht geladen hat das dann abgeschrieben ist weil es ich hab keine Ahnung wo ich bin ich weiß nicht anders weil ich hab ich hab gleich die kochen ich hab gleich die Koordinaten da ist auch achso oh die Musik jetzt gerade schrecklich ähm dramatisch übel dramatisch so ich bin glaube ich jetzt gleich zu Hause oh hier ist ein Grillhofen aber ich glaube ich bin hier auf den Savanna anwalt ich guck mal ich bin in ich bin im Plains ok es scheint doch zu klappen so bin ich jetzt mal langsam da da vorne muss das auch weggehen sein ich bin auch langsam da ja ich bin wieder da ach ach ja da ist es ok Jona jetzt kriegst du vielleicht die Koordinaten ich würde sagen wenn Jona da ist hören wir auf das ist ein bisschen scheiße aber wie gesagt ihr könnt ja noch weiterspielen also wie gesagt es ist jetzt nicht mehr dieses dieses gezwungene ne das ist jetzt alles weltoffen deswegen das ist halt das coole ich bock auf eine runde Obo aber da kann Jona leider nicht mitspielen ja das stimmt Botschaft zwischen die Zahlen Jona kauft die Overwatch so also Jona erstmal kriegst du Koordinaten von mir jetzt Ohren gespielt oh schöne Zahl schöne Zahl x-Koordinate 1777 1777 genau und z-Koordinate minus 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 358 wegrufen weg hau ab so wie lange brauchst du noch Jona nicht so lange 3 bis 5 Minuten 3 bis 10 Jahre 3 bis 10 Jahre ich kann dir ja sogar entgegenlaufen eigentlich es ist schlimm dass mein Grab stehen bleibt da wenn du die sagen rauskommen hast nicht nein Jona läuft jetzt sofort zurück und mach diesen euren Garnstein weg danke so ach warte ich muss mal zum Ofen das habe ich wieder fast vergessen hier das war ja der Witz so la 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 und darunter runter Ofen ist immer noch na gut also wo hast du das eiseln getan was da drin war ja das ist nämlich dieses refined eisen daher hatte halten die sachen länger angeblich das sind die angeblich ist es so wie sich das auswirkt weiß ich nicht also du musst du eisen einfach nochmal brennen ich kann diese halten kann ich bin wieder verhungern warte und wenn du willst dass ich schnell da bin würde ich mir lieber sprechen ja 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 und wenn du willst kannst auch schon aufhören so ist es nicht also du musst jetzt hier nicht auf uns warten hm ich weiß nicht so wenn mir auch nicht das sicher ja ich weiß ich habe jetzt schon gleich aufhören ich kann ja gucken was für ein quatsch ihr macht ja du also nochmal um overwatch zu kommen ich finde das spiel nicht so doll warum ich finde es ich mag es immer nicht naja das ist aber auch man hat doch immer einen grund ja ist dieses ich weiß nicht ich mag einfach nicht dieses fantasy ballerspiel du machst lieber richtig hau drauf ne richtig mit ak 47 und so ja verstehe verstehe genau 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 also ich war ja ich war ja man muss es einfach mal gespielt haben also ich habe ja bei einem kompletten auf der playstation gespielt und ich habe gedacht es macht auch ganz spaß eigentlich und ich muss sagen klar sind diese realistischen baller ich gute auch mal ganz witzig aber so dann denkt man sich auch so ja okay man muss stehen und so und dann aber ich finde auch ich man kann nicht sagen dass das Overwatch ein Ego-Shooter ist oder oben ist das ist das ist das ist das im Genre Ego-Shooter weißt du das ja ist wirklich okay weil ich hätte jetzt weil es ist ja so ich finde es fast mehr so Arkad irgendwie so weißt du Arkad? ja so also ich finde es also toll dass man nicht jeden Schrott erst freischalten muss damit man ihn spielen kann ja aber es ist was er ist ja nicht so also wenn jetzt wenn ich jetzt Ego-Shooter höre denke ich an Call of Duty Battlefield wo man wirklich mit der Knarre um die Gegend durch die Gegend gehen und einfach alle was das Sender abknallt was was ist das hier groß ich habe einen Obsidian-Toten gefunden aber das ist ja naja du hast halt auch so eine Sachen mit Magia und so und teleportieren und so das ist halt doch schon ein bisschen doch Richtung Fantasy aber nicht so betrieben wenn man so will ist Minecraft auch Fantasy auch wenn es halt Sandbox ist aber aber es kommt ja näher nicht mehr realistisch dran als das ja ja klar ja gut wenn es die Magos sehen auch sehen wenn man sagt das Spiel ist besser weil es realistischer ist nein ich spiel schon es ist immer ist der realistik und ich mach es einfach nicht ja aber ich finde ja momentan so lustig die Leute die so früh jubeln ja das ist ja so realistisch und das ist das beste Spiel der Welt und dann und dann habe ich auch gar nicht gesagt dass du das gesagt hast und dann droben was sagen sie dann man sagt dass es realistisch so und beste Spiel der Welt ist obwohl das Spiel noch nicht mehr draußen ist und so eigentlich total unrealistisch ist wieso so unrealistisch ja klar auch wenn du willst ist alles unrealistisch ja es gibt ja ja von dem englischen YouTuber Smosh ja Videoserie what if movies oder da 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 war real also was willst du uns sagen Ruben gar nicht schneid den Schrott den ich euch mal gerade gesagt habe raus nein nein ich werde es extra 20 mal wiederholen in Dauerschleife und nicht zu ärgern ich bin gerade müde ja ich merke dass du bist wie so ja stimmt du bist jetzt ein bisschen Luft raus ich muss das Niveau bisschen oben halten bist du einfach ja ich sehe ich das hier aufschneiden ich sehe Kackstift ja das ist Kackstift weiß ich war da leuchtet ein Baum sehr schön oh ich sage ich erleben ich habe ein Ton ein Kackstift Lava ach egal ich ich verabschiede mich ja hau reinrufen bis bald mit dir nochmal also ich hab letztens das Display geguckt und als ich nochmal mein Computer starten gestartet hat war das erste was du gesagt hast endlich ist er weg also ach so ja 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 ich weiß du musst jetzt noch länger tolerieren ich kann Geld jetzt noch weiter du wirst ja merken du kannst ja mal gucken was passiert wenn du jetzt weg gehst was ich dann sage hehehe naja nein du musst das nicht ernst nehmen ich glaub du bist grad ein bisschen debri oder so keine ahne schlaf dich aus Ruf komm weißt du seid einfach leise user disconnection from eternal äh nicht ist er weg oh hopla Entschuldigung